Aber dahinten gibt's was anderes. Also ein anderes Biom. Da ist wieder Clay. Das ist die Oak. Ich guck nicht herum, damit ich die Endermänner nicht trigger. Das ist der einzige Grund. Wo ich irgendwie koop, als gegen Endermänner zu kämpfen. Das war letztes Pasch ist so knapp, dass ich ihn besiegt habe. Da bugt wieder ein Maulwurf. Boah, leck! Arschkopf. Ich wollte doch nur nicht hochgucken wegen dem Endermon. scheiße auch eine kenne blau und sind denn hier so viele das ist doch ein golem mutterfock Ich geh mal in den Außen rum. Au! Weeg! Schnell weeg! Da sind Erdbeerfelder, da ist n Riss. Wow! Was ist das denn jetzt hier? Ich bin auf der Flucht, Mann. Oh, hier ist auch kein... Aua. Aua. Was ist... uooooooo! Nein, 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 nein. Nix für ungut, nix für ungut, nix für ungut… Nix für ungut! Aber ich hab kein Goldschwert dabei, den hätten wir nicht besiegt. Alter Schwede! ohne quatsch werden wir nicht besiegt ich habe kein goldschwert an sowas habe ich jetzt natürlich gar nicht gedacht ich brauche jetzt einfach den grundleuchter dahin ist der echt so groß das ist doch gar nicht so groß wie doof ist das denn der wäre voll cool da drin tatsache schade na gut ja wie gesagt wir sind jetzt so müssen kurz hoch wir sind jetzt ewig weit gelaufen und da war nicht ein spruce wood wie gesagt ich habe auch noch kein spruce wood hier gefunden so blöd wie es klingt weil spruce wood eigentlich der minecraft baum ist what the fuck sterbt alle sterbt die dinger sind more creatures die 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 dinge vielleicht kann ich bin dämlich vielleicht kann man sie ausschalten wo ist denn more creatures what ähm oder enemies plus nö ähm genau more creatures nein die haben keine konfig scheiße ok mist nein ooooh das ist dumm einfach das ist einfach dumm ok ähm packen wir den hier wieder rein wir nehmen jetzt schon über eine stunde auf und wir haben auch nichts geschafft das ist super aber genau inventory options inventory genau ähm wo haben wir denn spruce jetzt habe ich 64 ich wollte doch nur einen toll hier auf ähm genau options inventory back back ich glaube ich hätte shift drücken müssen damit ich reingekriegt so ich schmeiße natürlich die anderen 63 jetzt gleich weg keine sorge weil wir ziehen den so als einzelnen hoch da ist wieder eine ding fertig der packt da irgendwie rum ach da sind wieder dinge fertig so ähm glas wollte ich auch noch machen ich habe keinen platz scheiße scheiße ähm 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 äh was kann ich denn noch reintun so 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 jetzt werden die wieder an können die wieder wachsen die schauen voll pink aus ähm genau den spruce hat habe ich jetzt da reingepflanzt die anderen 63 äh äh tschüss da kann ich grün genau die lege ich jetzt da oben rein und dann gehe ich zur Wüste hinter sammeln ein bisschen Sand für glas jetzt habe ich wieder irgendwas aufgesammelt vorzugsweise roten flesh ähm genau hier rein hier rein da unten rein hier rein da unten rein genau candelilla kann ich eigentlich schon mal kochen da kann das daraus das da rein Toast so genau Sand habe ich dann noch eine Schaufel ich kann die Carpenter Blackie mal kurz zum Puhstall zurückbringen da wo sie in die Kiste gehören Aua will ich wissen was mich angreift ach wahrscheinlich die ähm Enderperlen Dinger du kommst wieder da rein du kommst wieder da rein du kommst wieder da rein den Schüssel haue ich auch mal da rein ähm da ist ein Bett wo zum Fick kommt denn jetzt das Bett her es kann doch nicht sein dass ich so blind durch die Gegend latsch das gibt es ja nicht das ist ja fast peinlich so ähm Schaufel da geh mal das Handwerkzeug da habe ich da noch eine Schaufel nö okay aber ich habe noch Sticky die Sonja drüben ist eine Werkbank so 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 da hin so wir gehen jetzt rüber in die Wüste das kann eigentlich auch mal weg das kann eigentlich auch mal weg aha ein okay ein komisches Skelett ist gerade irgendwie gestorben so das kann weg ich habe übrigens die Blümchen gepflanzt ich war auch Blümchensuche unser Fels hier hinten wächst auch wunderprächtig genau dann gehen wir jetzt dahinter wir brauchen glaube ich ewig viel Glas für solche blöden Bottles aber wir haben ja Zeit pressiert ja nicht so dann könnten wir uns eigentlich auch mal überlegen wo wir unseren Baum unsere Baum unsere Baumplantage weil die will ich auch noch weil das hier was wir hier jetzt bauen wird irgendwie unser Hauptdorf das war irgendwie gar nicht von mir so geplant ähm weil ich eben ein anderes Dorf im Kopf habe das irgendwie in meinem Kopf viel geiler ist aber dafür fehlt mir halt einfach noch das technische Know-how um das wirklich tun zu zu können nicht gehen in die falsche Richtung wenn wir jetzt übrigens den Sprucewood finden dann hacke ich den zuhause wieder weg nur zur Information ähm genau da fehlt mir noch das technische Know-how für aber ich könnte langsam mal die Stelle dafür suchen wieder also das werde ich offscreen machen weil das ist wieder eine Ewigkeitswanderung ähm Wäsche Flop fähig Blop Mann. Die rosanen Cherry Blossoms. Okay. Alter, geh weg. Geh mir doch nicht auf den Sack jetzt. So. Das sind wir in der Wüste. Ich geh mal ein bisschen rein. Und schwimme gegen den Strom. Da vorne bangen sich aber gerade Tittenfische fest. Da ist ein Creeper, da bangen sie sich fest. Die haben ihren Spaß. So. Ich baue hier mal Sand ab. Ich weiß gerade gar nicht. Jetzt habe ich irgendeine Blume mitgenommen. Wieder, was ich mitnehme. Ähm. Bottles. Genau. Glass Bottles. Geht das auch mit? Jawohl. Dann haue ich den Sand einfach nachher in die Schmiede rein. Das geht schneller. Und wir brauchen ja eh da unten das Glas. Das wird jetzt ernsthaft dunkel. Aber wir wissen seit neuestem, wir haben wieder ein Weg dabei. Das ist aus welchem Grund auch immer von mir übersehen wurde. Oder nicht sachbar. Weil der Sonnenuntergang in der Wüste ist so schön. Ich will auch irgendwo ein Hüsten... Äh, Wüsten-Dörfchen. Nicht das Hüsten-Dörfchen. Der ist so schön rosert an der Himmel. Aua, aua, aua. Voll schön. Ha. Steht da drüben im Gebäude. Das drüben ist doch ein Tempel, oder? Aber. Da ist eine Schlange. Da ist Treibsand. Meine Kopfhörer tun weh. Wir knallen uns jetzt einfach stand hier ins Bett hin. Und schlafen, bevor die ganzen Viecher kommen. Ey. So. Ähm. So, den Aufgang ist natürlich auch mega schön hier. So. Aua, aua, aua. Auhohohoho. Da ist der Tekken-Tempel. Wir nehmen mal die Brücke hier. Wir nehmen die Brücke mal nicht. So. Waren wir in dem Tempel schon mal? Und ich sehe ihn einfach nur nicht. Wegen Kartenverlust und so. Das könnte natürlich sein, aber das sehen wir ja gleich. Habe ich schon mal drüber. Weil ich baue mich da immer so geschickt. Und ohne, dass man es merkt, ich bin runter. Das ist irgendwie so ein Zumbi. Der latscht wahrscheinlich da unten runter. Wann, jetzt kommen wir hier nicht rein? Doch, hier. Da ist er. Das habe ich gesucht, mein Freund. Ein Kupferstecher. So. Aber anscheinend war ich hier noch... Ich war hier echt doch nicht. Zwar stimmig, aber ich brauche hier doch bestimmt schon mal. Ah. Tatsache. Ähm, ich brauche mal eine Spitzhöcke. Okay. Ich brauche mal eine Spitzhöcke. Ja. Ja. Jo. so gut jetzt haue ich da mal ein bisschen was rein wir müssen ihn noch mal aussortieren hilft nix so okay nicht schlecht nicht schlecht halt die schaufel brauche ich noch das ist eigentlich schlecht mouches zappling mein gott und eines verschwindet wieder unser essens ja wir haben noch mal die erste die verschwindet einfach schade die cheeses können da auch wieder rein oh nein der verschwindet auch wieder ich weiß nicht warum manche essens sachen einfach wieder verschwinden ich musste hier hoch dürfte ich mal bitte aber das wird klug ja das dachte ich mir jetzt aua danke so einfach mal ein tempel gefunden wunderbar ähm wo geht's hier wieder raus ähm hallo hallo nein hör nicht hallo ähm 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 da nein doch nicht da oh oh Gott jetzt jetzt äh sand wollten wir haben wir gehen immer weiter in die wüste rein das wollte ich gar nicht ja